Normalerweise präsentiere ich auf diesem YouTube-Kanal Videos rund um den PC. Diesmal möchte ich euch aber eine Kaffeemaschine von Nivona vorstellen. Die Kaffeemaschine hat mich durch ihre intuitive Menüführung begeistert, die ich hier einmal vorstellen möchte. Die Maschine kommt mit sehr wenigen Bedielelementen aus. Es gibt einen Drehknauf, den nennt Nivona Rotary, der auch als Taste fungiert. Zusätzlich dazu gibt es noch zwei weitere Tasten und damit lässt sich die Maschine schon wunderbar bedienen. Im Hauptmenü hat man die Auswahl zwischen voreingestellten Kaffeezubereitungen. Diese Zubereitungen werden von Nivona Rezept genannt und ich nenne sie auch mal so, weil mir nichts besseres einfällt. Diese könnten im Einstellungsmenü individuell angepasst werden. Es kann die Wassermenge in 10 ml Schritten eingestellt werden. Kaffeestärke und Temperatur für jedes Rezept können auch einzeln ausgewählt werden. Wenn man nun Gäste hat, die gerne einen stärkeren oder schwächeren Kaffee trinken, muss man aber nicht die kompletten Einstellungen über den Haufen schmeißen, sondern kann vor dem Zubereiten des Kaffees im Hauptmenü die Parameter ebenfalls anpassen. Nach einem Neustart der Maschine sind die alten Einstellungen wiederhergestellt. Für den Cappuccino lässt sich sogar die Menge des Milchschaums prozentual einstellen. Eine witzige Funktion ist auch die Möglichkeit, sich Statistiken über die bisherige Nutzung anzeigen zu lassen. Warum zeige ich euch das? Solltet ihr auf der Suche nach einem Vollautomaten sein, dann achtet doch mal, wie fein die Einstellungsmöglichkeiten sind. Habt ihr eine Maschine gekauft, die diese Features nicht bieten, ärgert ihr euch am Ende, weil der Kaffee nie so wird, wie ihr ihn eigentlich gerne trinkt und auch eure Gäste haben ja auch einen anderen Kaffeegeschmack. Würde mich natürlich sehr über eine Rückmeldung in den Kommentaren freuen, wie ihr mit eurer Kaffeemaschine zufrieden seid und ob ihr auch diese vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten habt. Ich hatte zum Vergleich eine DeLonghi Maschine in einer ähnlichen Preisklasse und die war deutlich schlechter, die Bedienung war überhaupt nicht intuitiv und einstellen konnte man überhaupt nichts. Man war auf diese vorausgewählten Kaffeesorten festgelegt, die einem DeLonghi da präsentiert hat.